und hört die Vorteile an für jemanden, der ehrlich ist in seinem Handeln. Höre, oh Dina Allahs, der du vielleicht etwas als eine originale Ware verkaufst, aber du weißt ganz genau, das ist eine gefälschte Ware und heutzutage kriegst du aus China alles, so dass du perfekte Imitationen hast, die verkauft man an die Leute als Originalware, aber tatsächlich ist das keine Originalware, dein Geld ist haram, was du verdienst, weil derjenige, der von dir diese Ware kauft, denkt, das ist Original, du hast ihn aber um sein Geld betrogen, weil du ihm etwas Gefälschtes verkaufst. So sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, in einer umstrittenen Überlieferung, liebe Geschwister. Er sagte, Der Händler, der wahrhaftig ist, kein Lügner ist und der vertrauenswürdig ist, so wird er Yawmul Qiyamah, höre mit wem versammelt, mit den Propheten und mit den Wahrhaftigen und mit den Märtylern, Allahu akbar. Weil er hat eine besondere Fitna, der Händler, weil er jedes Mal bei jedem Kauf und Verkauf aufpassen muss, dass er Allah Azzawajals Grenzen nicht überschreitet. Das ist sein großartiger Lohn. Wenn er nicht lügt und wahrhaftig ist und vertrauenswürdig bleibt, so wird er Yawmul Qiyamah mit den Besten aller Geschöpfe versammelt. Allahumma achshurna ma'am. Die Besten aller Geschöpfe, das wird sein Vorteil sein. Yawmul Qiyamah. Warum? Weil diese Person immer wieder Allah Azzawajal gefürchtet hat. Das ist ein guter Weg, das ist ein guter Weg, das ist ein guter Weg.